Natürlich will ich mich in turbulenten Zeiten, in Zeiten des Wandels weiterentwickeln und nicht stecken bleiben. Ich will selbst entscheiden. Ich reiße jetzt das Ruder um für meine goldene Zukunft und genieße frei und unabhängig meinen Erfolg. Augeon begleitet und unterstützt mich vom ersten Schritt an. Was für ein gutes Gefühl, nicht bei Null anfangen zu müssen und unabhängig sein zu können. Erfolg zu haben, bedeutet für mich, dass ich meine Träume verwirklichen und nach meinen eigenen Vorstellungen leben kann. Wie genial! Eine starke und kompetente Mannschaft, die mich im Hintergrund unterstützt, mich auffängt und Sicherheit gibt. Und dabei ist es mir ganz wichtig, dass Fairness und Transparenz nicht auf der Strecke bleiben. Auf das, was ich meinen Kunden anbiete, können sich Menschen in Wahrheit schon seit Jahrhunderten verlassen. Bis zum 15.08.1971 war Geld durch Gold abgesichert. An diesem Tag hat Richard Nixon den Goldstandard aufgehoben und damit wurde dieses hier nur noch bedrucktes Papier. Als wahrer Wert ist nur Gold übrig geblieben. Edelmetalle sind wahre Werte und genau dafür steht Augeon. Wenn man eine Win-Win-Situation vermitteln kann, dann stellt sich das wahre Erfolgsgefühl ein. Erfolg für mich, aber auch für meine Kunden. Über Generationen. Hallo! Hallo! Es fühlt sich richtig und großartig an. Und deshalb bin ich dabei. Ich bin dabei. Untertitelung des ZDF, 2020